Lükex hört sich an wie ein Geheimcode. Haben die nicht schon 2007 Corona erfunden? Steht uns was Schlimmes bevor, was uns verheimlicht wird? Nein! Lükex ist eine Krisenübung, die seit 2004 regelmäßig verschiedene Szenarien behandelt und für länder- und ressortübergreifende Krisenmanagement-Exercise steht. Die Befugnisse von Bund und Ländern sowie die Zusammenarbeit im Bevölkerungsschutz sind festgelegt. Bei lokalen Katastrophen sind die Länder zuständig. Es gibt aber auch Krisen, die nur länderübergreifend bewältigt werden können. Wie Bund und Länder dann zusammenarbeiten, können sie in der Lükex üben. Mit dabei sind die Krisenstäbe von Bundesbehörden, Ländern, Betreibern kritischer Infrastrukturen und Hilfsorganisationen. Sie üben in realitätsnahen Simulationen die gemeinsamen Abläufe und Strategien. Durch das Üben können sie im Ernstfall schneller und im besten Sinne für die Bevölkerung entscheiden. Und das geht so. Vor jeder Lükex werden in der Übungsplanung das Thema, die Beteiligten und die Ziele festgelegt. Auf Basis dieser Planung wird das Drehbuch für die Übung geschrieben. Das bündelt alles, was in der Übung passiert. Die Vorbereitung ist das Herzstück der Übung. Denn in dieser Zeit bilden sich in Workshops und auf Tagungen wichtige Netzwerke zwischen den Krisenmanagerinnen und Managern in ganz Deutschland. Dann kommt die Durchführung. Über das Drehbuch wird die Übung gesteuert. Es erzeugt bei den Übenden den Eindruck einer echten Krise. Die Telefone laufen heiß, unzählige E-Mails werden verschickt, die Krisenstäbe werden einberufen und Entscheidungen müssen vorbereitet werden. Die Übenden erfahren bis zur Übung nicht, was im Drehbuch steht und auf sie zukommt. Die echten Expertinnen und Politiker arbeiten eng zusammen und beraten über die Lage. Sie müssen viele Fragen in kürzester Zeit beantworten und wichtige Entscheidungen treffen, um im besten Fall die Krise abzuwenden. Danach folgt die Auswertung. Was ist gut gelaufen? Was kann verbessert werden? Diese Erkenntnisse werden in Auswertungsberichten mit Analysen und Empfehlungen veröffentlicht. Warum der ganze Aufwand mit der Lykex? So wissen die verantwortlichen Menschen in einer echten Krise besser und schneller, was zu tun ist. Und warum ist das gut für uns alle? Damit wir in Deutschland sicher leben. Egal ob im Büro, beim Einkaufen, bei Veranstaltungen oder ganz einfach zu Hause. Lykex. Weitere Informationen unter lykex.de. Und warum ist das? Und warum ist das? Und warum ist das? Vielen Dank.